Guten Tag. Hi. Burschel. Schön schwül warm heute. Eklig. Ja. Komoot, schwarze, rote. 100% only. Alter, du schwitzt jetzt schon wie ein Schwein. Das wird interessant heute. So, haben wir uns mal entschlossen heute übelste Waldtour zu machen. Also eigentlich fast alles Wald. Naja, berghoch haben wir jetzt auch schon auf der Straße mit entspannten 10%. Na, zum Glück auf der Straße. Es kommen noch 40% Wald. Ja, an der deutsch-tschechischen Grenze, da geht es ein schöner Waldweg lang. Eigentlich ein Wanderweg. Den werden wir heute mal erkunden. Erklimmen. Er wird uns zerbersten. Wir werden uns einscheißen. Richtig. Und das alles seht ihr in diesem neuen Video von uns. Also bleibt dran, habt Spaß. Schwitzt echt ganz schön. Vielen Dank für kein Motivations-Abo. Und keinen Daumen nach oben. Und keine tausend kommentare. Habt trotzdem viel Spaß wie wir. Wilfröumble. Hallo. Das war gut. He was verheirkt worden. Hä? Paul? Was? Händ noch! Das guckst du hier! Und durch! Geht nicht? Was? Uh! Du kannst doch schräg fahren! Good Huck! Good Huck! Schwerberst du! Schwerberst du! Alter! Oh, hier ist ein Stein eingebrochen! Alter! Verweiter! Grande Malheur! Was ein Stein! Oh! Der war ein Reifenkiller! Alter! Hat sich hier alles durch die Speicheln gewürstelt! Alter! Grande Malheur! Merde! Holy Schnitt! Du bist auf der richtigen, ich auf der falschen Seite! Uh! Reifenkiller! Oh! Alter! Leco mio! Jo, was hast du dir ausgesucht? Zwei Prozentjährige Klänge auf der ungekehrten Straße. Null! Mach her langsam, das wird nichts. Neck! Hä? Geradeaus! Was der Scheiß! Oh, flieg geworden! Und, wie bewerten sie jetzt das Berglein? Das wird die krasseste Strecke, die wir eh hatten. Also die letzte Aufrutschstrecke war ja schon abortig, ganz ehrlich. Aber das wird es hier definitiv heute zerbersten. Großer Naturfahrt! Alter! Ah, das ist schon sportlich heute! Oh, ich habe Schlamm an meinem Hinterrad kleben! Lull! Oh, die Schlamm-Pay macht ihren Dienst ganz gut! Geradeaus, Genosse! Wir erklimmen den Berg! Brrrrrr! Beißen! Abgerutscht! Alter, warum rutsche ich von diesen blöden Bedeilen ab? Was stimmt denn hier nicht? Uh! Uh! Hohoho! Lustig! Holy Schnitt! Schon wieder abgerutscht! Alter! Oh! Oh! Aber fast! Da! Diese Mist-Sau, Alter! Hier! Lecko mio! Da! Dieser dumme Stein da! Bin ich der Zell hängen geblieben? Oh, guck mal! Oh, ich stinke so sehr! Die Fliegen mögen mich ganz doll! Lecker! Boah! Alter, Verwalter! Zwei fette Menschen im Wald! Yay! Ah, fuck, Mann! Boah! Woooh! Wuh! Alter! Wir müssen da hoch! Diggi! Ach, weile die Scheisse! Alter! Ziel! Fuck man, lol. Da unten ist er Michi. Haben wir die 40% gefunden. Geil. Wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Gipfel. Für Steine. Wtf. Ohne Scheiß. Hammerort. Hier gibt es ein Gipfelbuch. Gipfelbuch. Kann man alleine schreiben. Merde. Holy shit, Alter. Ohne Witz. Alter, das ist ja wirklich. So, der Michi schreibt uns jetzt gerade mal ins Gipfelbuch ein. Historischer, absolut historischer Tag heute. Total krass. Fett Fahrrad trägt sich in den Mord Everest der Oberlausitz ein. Das hat es so noch nie gegeben, Freunde. Absoluter Hit. Los, Micha. Walde deines Amtes. Schreib uns da ein. So muss das sein. Alter. Sehr schön. Wir haben heute Monat 5. Unglaublich, dass wir das noch erleben dürfen. Ein Meilenstein in unserer Karriere als YouTuber. Blöden Fliegen. Genau, Hashtag Fett Fahrrad. Sehr schön. Unglaublich, Uhrzeit. Wir haben es jetzt genau 13.50 Uhr. Sehr schön. Ja, habe ich. Kannst 13.50 Uhr drunter schreiben. Gott zum Gruße. Hammerhardt. Unglaubliches Gefühl. Und für dich? Unglaublich, oder? Unbeschreibliches Gefühl. Das ist doch beschädigt. Das läuft. Wir sind da hinne. Also blöde Quatsch, dann bin ich natürlich Weltmeister. Ganz klar. Das coole ist. Wahnsinn. Hinter dem Gipfelbuch auf das Holz. Hammerhardt. Hat immer geschrieben, ist weg. Ausrufzeichen Smiley. Okay. Wenn das Buch draußen ist, ist es weg. Das ist schlecht, ja. Das ist schlecht. Hier sind ein paar komische Dinger mit drin. Ich mache langsam. Fahren Sie gemächlich. So, das kann ich alles runterklappen. Brauchen wir gar nicht. So, drauf geht's. Alter. Am Arsch, Alter. Boah, was ist das denn hier? Ich denke, deine Seite ist besser als meine. Oh, what the fuck. Da unten kann jeder. Sehr technische Strecke hier. Extrem anspruchsvoll. Was? Die Natur hat den da hingepflanzt. Alter. Ich vermisse meine Pusteln. Am Arsch. Hochzus war einfacher. 70 Meter, wenn möglich, bitte wenden. Ja, sag ich doch. Susi meckert. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke. Denn so sag ich winke, winke und goodbye. Dan, 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 dan. Das Ding ist nicht so mein Fach. Mach ich den Wendler Konkurrenz? Null. Fuck, man. Fuck, 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 fuck. Da kam, sah und wend, Leute. Hä? Was hast du? I don't fucking know. Wir rennen es halt. Hör ist doch. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie hier links drüber. Komm, dann. Firma gezogen. Schwarz-Rote-Kommod. Das läuft. Holy Schnitt. Gib dich auf, du schaffst das. Ja, 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 ja. Holy Schnitt. Holy shit. Oh, ich hab's ja recht. Oh, du juhl. Ist das so? Hä? Ist das so? Nööö. Hier hätt' wir runter müssen. Wenn wir es gefunden hätten, hätten wir hier runter müssen. Aber dort runter war viel lustiger. Wald-Echse. Das bringt härtere Lebensbedingungen als die Zaun-Eidechse. Ah ja. Die Wald-Eidechse, die Karben sah und eckte die Eidechse. Das ist ein Fall für die Schlampe. 0-0 Schlampe. Muss der Fahrt noch einsaunen. Oh, noch mehr. Fütte! Fuck! Ungünstig. Sehr ungünstig. Ja? Wow, tief! Fuck! Hast du aufgenommen? Oh, ernsthaft! Wir müssen zurück. Warum hast du das nicht gefilmt? Warum nur? Warum nur? Auf Wiedersehen! Ich hätte keinen Garten! Hallo! Ich hätte sie aufgenommen! Heute Content vom Allerfeinsten Wo andere runter fahren, fahren wir hoch. Das sind Singletrail übrigens. Wir fahren hoch, weil wir Eier haben. Doch nicht? So hast du noch nie geschwitzt. Guck mal, hier gibt es einen Schwarzspecht. Der Schwarzspecht ist hier rum, der Schwarzspecht. Das war noch herfahren. Das ist ja nice. Alter, die Natur ist doch das geilste. Hier, da war Schlammichi. Schön wickeln lassen. Das geht gut mit dem E-Bike. Oh, Besuch. Genosse. Guten Abend. Schön. Gute Nacht. Schlafen Sie gut. Bis morgen. Ach, hat den Clown gefressen, die Alte. Scheißegal, wo du langfährst. Irgendwo sind immer dumme Menschen. So ein geiler Train hier. Da laufen Leute rum. Alter. Und zerstören die Aufnahme. Oh, du bist hier voll über die Reifentöter drüber. Alle plattgefahren. So. Oh. Oha, was ist das denn? Der Kälberstein. Der Kälberstein. Holt eure Kälber raus zum Schlechten. Schlechten, Schlechten, keine Ahnung, keine Ahnung. Da oben. Da ist der Punkt. In der Gemeinde sogar. Ernsthaft? Ja. Das ist immer viel höher als das andere komische Kaff. Ja. Lull. So, ein bisschen Heimatkunde. An der Popperze der Welt steht ein Funkmast. Ey, das ist ja unglaublich. Noch. Da muss ja irgendwelche Afroser oben sein. Ja. Ich finde es. Ach, war. Ne, aber nur Sprung. Kann auch sein. Wir machen ja richtig Prunk. Ja, ich war fast verfahren, dass wir mit oben sind. Ja, ja. Ne. Hä. Hm. Näääh. Pas langsam, san langsam. Ja ja. Was ist das denn hier? Ja. Forts ach, dann ganz. Fortschriff. 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 Oh Ich höre die Köden. Na. Ja. Das ist ein Blatt. Wieso? Ja. Ich höre die Köden. Ich höre die Köden. Biss ja mal. Ich höre die Köden. Was ist das? Ist das ein Fücker? Ja Ist das ein Fücker? Ja Ist das ein Fücker? Ja Ist das ein Fücker? Ist das ein Fücker? Ist das ein Fücker? Ja Ist das ein Fücker? Das ist ein Fücker Gell? Das ist ein Fücker Ich glaube schon, ja Ich habe es anzunehmen, rumgesehen Hrrrrrrrr Genau hier wie ich will Schön, das wie ich schon da kriege, oder? Oh Oh Das macht bestimmt Spaß Das macht bestimmt Spaß Ja Echt, oder was? Ach du Scheiße Alter Fick die Henne Was? Machen sie langsam Fliegen sie nicht hin, Micky Fahren sie eine unkontrollierte Oh Was für ein Tümpel Was für ein Tümpel Da kriegst du auch SARS-CoV-19 gratis Lull er See Hör seine Felgen Klung Klong Klung Kling Hä Seine Spadeichen bubbling Eh Bremsen! Hier hoch wäre auch geil geworden! Nein! Oh, die Ritterbremse! Was machst du da? Fühlst du Daktiege? Die Laubfräse! Oh, geile Aussicht! Geile Aussicht! Das geht! Geile Aussicht! Irgendwie nochmal Speichel, krass gesagt! Merkst du was? Es wird kühler und es wird zugiger! Es kommt der Regen! Es kommt die Nacht! Ja gewollt! Lello auch! Achtung! Ich treffe! Ich freu! Neeee 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 Ja, moin Machen wir ne, wir mögen die Wir hatten selber welche Ja, ha 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 Nure wurde raus, man Yay Neeee Neeee Ich hab's gewonnen, ich hab's gewonnen Ich hab's gewonnen Ja, was machst du hier von mir? Neeee Neeee Was ist aufgenommen? Na Dann kriegst du schon wieder Boost und kriegst du Steier. Boost! Das ist lustig hier dann mit den Bremsen. Wie ist das da draußen gestanden? Fanden sie das wenigstens lustig? Ja, das ist lustig. So, von da oben kommen wir übrigens her Leute. Da so, da so. Ja, super. Das ist doch lustig. Ah, du Scheiße, das ist ja geil. Hau doch, das könnte tief sein. Ich hoffe, es war nicht durchgeformt. Wenn ich mich recht habe, dann würde ich einfach mal da unten drüber gehen. Ja, ich habe es gewonnen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Willkommen auf dem Grenzwanderweg Freunde der Sonne. Die Steine die ihr seht, da kommt keiner. Das sind Grenzsteine. Wegen Hashtag Grenzwanderweg. Da guckst du. Da ist Grenzstein. Sehr interessant. Oh, hier Rastplatz. Sehr schön. Rastplatz von Tank und Rast. Top ausgebaut. Null. Alter. Oh, der am Berg, Michi. Was? Ich denke in 40%. Oh. 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 Jaja Ja Na Ja Jaja Ja Ja Ist doch nisch Ja Na ja Ist doch nisch Das ist ein Wurzeln bergab, meine Güte. Das ist ein Wurzeln bergab, das ist ein Wurzeln bergab. Genau. Das ist ein Wurzeln bergab, das ist ein Wurzeln bergab. Stimmt, ich bin wieder über 28. Recherche rabbits. Das geht nicht mehr an. Das ist ein Wurzeln. Das ist ein Wurzeln bergab. Das ist ja sogar ein ausgewiesener Grenzlanderweg. Die Gaffer, die an die Grenze fahren. Die geschlossene Grenze. Wir machen es richtig, wir wohnen dabei in der Nähe. So ist denn so wieder alle wach? Einmal frei. Der Wald hat uns wieder ausgespuckt. War gut? Ja. War super. Morgen wieder? Das Josef Power ist nichts vom Wald. Die stand da wohl mit dabei, ne? Ne. Ne? Ne. Aber er macht seinen Dienst. Es geht. Auf der Straße ja. Aber im Wald? Boah, ja klar. Running Gag? Ne. Ne. Bist du sicher, dass es nicht mit dabei stand? Ne. Aber ist ja eigentlich auch für Citybikes gedacht, ne? Ne. Fernes. Steht auch nicht dabei. Hm, die Chinesen wieder. China. Ne. 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 So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hust. Ganz schön geschwitzt haben wir. Wie die Sau. Wir schwitzen immer noch. Ich bin nass. So. Oben rum. Ja. Läuft aus. Und du bist unter oben nass. Deine Schuhe sehen auch interessant aus. Ja. Und die Schuhe sind gelb. Tolle Wurst. Ja. Und ein bisschen pampig ist er. Ja. Aber das musste sein wegen dem Putz-Video. Ja. Der Putz-Video. Genau. Wie gesagt, hoffe ich euch hat es gefallen. Einen Daumen nach oben. Tausende Kommentare. Hunderttausende. Und ein Abo. Motivations-Abo. Ja. Feiern haben wir heute. Uns rechtlich verdient. Jo. Ja. Genau. Na ja. jag beden. Wir sind noches. Nur muss los. Yan Graz. Wir sind noches. Wir haben alles geheim. Ich habe einещes.